Ab dem 1. November 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Erdgeschosswohnung liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Das Objekt wurde 1996 erbaut und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Erdgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 84 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 615 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf Wiedersehen!